wir sind es bis jetzt nicht ganz gut so machen wir was auf dem schrieb, fand ich auch eine gute Idee, alles klar heilen gibt es doch was zu heilen, ich glaube nicht ok machen wir zurück, alles klar, dankeschön danke dir, dankeschön, ja vielen dank weiter gehts, und wir können sogar 70 mithilda was muss ich jetzt machen, weiß ich gar nicht achso, er kann in Besehung fehlen gut, machen wir halt so einfach, aber wie kommen wir nicht da hoch, ist die Frage, ne, aber gut, wir sehen mal, ok, wie wir da rankommen, vielleicht muss ich auch einfach nur die ganze Kämpfelein auch einfach schaffen, kann auch sein, ne, Absolut, aber schau mal ich weiß nicht, ich bin ok, glaube ich da auch noch nicht, weiß nicht, ob ich da rankomme, glaube ich nicht, ne, interessant, ne, ich habe ein Problem, würde ich nehmen, gerne, so, alles klar ich habe mich daran, das ist komisch, ich komme halt nicht dran, na, hier komme ich halt, ich komme halt nicht dran, aber gut verstehe Solo ich kann nicht sagen, wir gehen ach die ok so ärzt die ok wir sagen und nein ich trau mich gar nicht auszumachen aber ich muss ich trauen ok meine freunde bevor ich jetzt hier ausraten meine freunde muss ich jetzt wirklich auch versuchen ok ich muss versuchen jetzt ausmachen ok meine freunde ich muss wirklich auf ich muss wirklich versuchen auch auszumachen meine freunde also es go now die aufmachen online hilfe scheiße das für gefährlich meine freunde für euch gefahrt ich hab's egal ok jetzt genau schaffen das wir müssen glauben von da aus schaffen das genau oh mein gott oh mein gott das hast du gemacht leonie du bist geil du bist einfach geil leonie er ist einfach so schön das ist eigentlich krass und jetzt müssen wir diesen finalen boss besiegen ich hoffe ich muss sie alle besiegen von diesem gegnern weil ich weiß nicht wie ich da hochkomme also ohne witz ich weiß nicht wie der herankommen aber es egal dankeschön trotzdem meine freunde alles klar dankeschön trotzdem dankeschön dass ihr euch das auch ankommt meine freunde aufwendet langweilig ist einfach egal ist ok interessant ich wusste gar nicht sie kann eigentlich getroffen werden ok interessant ja ich traue einfach so ich glaube ich werde es nicht schön aber es ist egal wir schauen wir mal ja ich wusste es aber egal deswegen muss man die auch noch da ja gut es ist ja auch da als guter problem darum ist jetzt da und die traf der schuld zwischen da und ein stück ich hab dich gerne mit dem stück ist aber schuld hat der schuld ich glaube ich glaube aber es ist egal und ja noch da man kann man einfach einfach da machen da krass ich kann oder ja ich auch sagen ich bin einfach einfach egal so ich muss an denen doch ein sieg das arschloch hier oh nein ich habe angst vor allem aber aber jetzt muss ich mich daran wagen ok meine freunde trau ich frau mich aber jetzt bist du spannend ok jetzt bist du spannend meine freunde aber es egal ich frau mich darauf meine freunde ich habe keine verwendung für dich alles klar ich glaube ich glaube ich bin da auch es egal oh god hilfe wenn ich jetzt dauer noch nicht ich weiß ob ich es schaffen kann ich glaube nicht ich bin total nahe aber es egal aber es ist egal also ok hm bitteschön soll ich vielleicht warten bis die kommt hier, weil sie kann mir helfen stimmt ich glaube ich warte eben bis alle dahin gehen, dass dann sicher ist meine freunde ne ich glaube ich mach gleich jetzt noch nicht ich hab ein bisschen Angst aber ist egal bei EU also habe ich jetzt noch, ach habe ich jetzt noch eins, ach so, ok scheiße, ich muss es besiegen ok was soll es heißen, verbleibende Züge aber ist egal komm bitteschön dankeschön bitteschön dankeschön meine freunde aber ich muss durchheilen meine freund, ich muss durchheilen, ok boah ich hätte kein Schiss ne, ohne Witz bitteschön 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 Achso, okay, er ist sauber geworden, okay, geil. Hä? Ich habe gerade diesen Laufschlag besiedet, okay, ja. Voll heiß. Oh mein Gott, er hat mich besiedt, meine Freunde. Ich hätte niemals gedacht, ob ich mich besieden kann, aber es ist egal. Sehr gut, danke schön. Du wirst besiedet. Hä? So, jetzt? Du besiedet. Ich würde sagen, ich meine, das ist einfach mal nächstes Mal, danke.